So, schönen guten Tag meine Freunde auf MaverickTV und endlich findet die Auslosung der Gewinner statt zum 1000 Abonnenten Gewinnspiel, meine Freunde, des guten Geschmacks. Und zwar, hier sind die Lose, ja, die habe ich hier schön reingesteckt, jeden Einzelnen, der mitgemacht hat. Da könnt ihr mir vertrauen, ja, jeder ist auf jeden Fall dabei. Und jetzt machen wir die Box mal zu, ja. Dann mischen die und zeigen erstmal, was der Dritte gewinnt, weil ich habe mich entschieden, drei Sieger auszulosen und nicht nur einen einzigen. Und zwar, für den Dritten, der jetzt ausgelost wird, gibt es als Andenken die, die ausgeschnittene Kauflandtüte mit meinem Autogramm drauf, meine Freunde. Ich mache es euch mal ganz kurz näher hier. Oder im Endeffekt drauf geschissen. Und im dritter Platz steht hier Maverick Berlin 2016. Und dazu gibt es noch einen Classic Grisbrei und Classic Cola Fläschchen. Es sollte noch eine Tafel Schokolade dabei sein, aber die habe ich gerade aufgegessen. Tut mir auf jeden Fall für den Drittplatzierten leid. Und jetzt geht es erstmal an die Auslosung, meine Freunde. So, nochmal kräftig durchmischen. Kein Betrug hier auf Maverick TV. Klappe auf. Und dieser Preis, drei, geht an Harry Hirsch. Harry Hirsch, hier nochmal zu sehen, meine Freunde. Harry Hirsch, melde dich mit deiner Adresse bei mir auf YouTube, Facebook, wo auch immer. Und dann kriegst du deinen Preis zugeschickt. So, meine Freunde, jetzt Platz 2. Bekommt die ausgeschnittene Papierkauflandtüte mit meinem Autogramm drauf. 2016. Hier steht nochmal Platz 2 drauf. Und dazu gibt es auch den Grisbrei Classic. Den Grisbrei Classic. Kunterbunt 200 Gramm. Über krass. Natürlich auch von Classic. Und die Classic Traubennussschokolade. Gibt es auch nochmal dazu. Extra drauf. Also der Zweitplatzierte. Da hat er schon viel zu naschen, meine Freunde. Und zwar geht... Plan, Platz 2. An Platz 2, meine Freunde der guten Musik. Hand rein, nochmal durchschwirbeln. Und da haben wir den Sieger. Marlon Place. Marlon Place gewinnt... Gewinnt Platz 2 Süßigkeiten. Und jetzt, meine Freunde. Platz 1. Der räumt da mal richtig kräftig ab hier auf Maverick TV. Jetzt wo es läuft, da wird richtig investiert. Und zwar übergroß. Autogramm auf der Papier-Kauflandstüte. Hier, Platz 1 YouTube. Bam, bam, bam. Kann er sich wirklich einrahmen. Wird mal sehr viel Wert auf Ebay bringen, meine Freunde. Und dazu gewinnt er selbstverständlich einen Grießbrei-Klassik. Classic Haselnuss-Schokolade. Die Classic Gummibärn. Ja, ja. Und dazu gibt es noch einen Classic Milchreis, meine Freunde. Das ist ja mal unfassbar. Die ganze Woche ist mit Süßigkeiten gesichert. Und jetzt die alles entscheidende Auslosung. Wer holt sich auf Maverick TV beim 1000 Abonnenten-Spezial-Video den ersten Preis? Hier, kein Betrug auf Maverick TV. Hier seht ihr das. Und Platz 1 geht an. Friedrich Schiller. Glückwunsch, Friedrich. Glückwunsch, Friedrich, mein Freund. Hast richtig abgeräumt. An alle Gewinner von Platz 3, Platz 2, Platz 1 schickt mir eure Adressen, an die ich euch eure Gewinne zuschicken soll. Ich bedanke mich für das Gewinnspiel. Supportet Maverick TV weiter. Und dementsprechend wird es sicherlich schon bald das 2000 Abonnenten-Spezial-Gewinnspiel geben, meine Freunde. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Mitmachen. Ich hoffe, die Sieger freuen sich. Und die, die nicht gewonnen haben, Ihr habt bald eine neue Chance, meine Freunde. Danke für euren Support. Ich feiere euch, euer Maverick. Peace out.